Hallo Süßen, Herzlich Willkommen zurück zu South Park, Stab der Wahrheit. Meine Pfefferer sind immer noch ein bisschen zu laut, aber ja, ansonsten ist alles gut. Wie geht's euch? Mir geht's supi dupi. Da haben wir nochmal wieder ein paar alte Geflügelknochen. Und letztes Mal haben wir ja diesen Penner hier bekämpft. Leider ist er wieder respawnt. So ist das halt, ne? Deswegen, ich habe gerade debattiert, ob wir ihn nochmal in dieser Episode bekämpfen sollten. Das dauert aber wieder 15 Minuten, deswegen werden wir jetzt erstmal mit der Story weitermachen und hier... Oh shit, müssen wir nochmal den Schlüssel holen? Ehrlich? Ich sagte dir, die tollen Leute zu sehen, die in der Wohnung hinter der Garage. Ja, verstanden. Wir müssen die Leute hier besuchen. Achso, wir haben den Mac-Comics-Gefahren-Schlüssel, okay. Gut, hatte ich nicht gesehen. Sorry! Ja, und ansonsten? Oh Gott, ey! Ja, die sehen noch aus wie nette, soziale Menschen. Ja, ja, wir haben das Paket für Tweet-Koffe. Hast du die Envelope? Äh, diese Geflügelkörper müssen eine secret-Potion machen. Ich weiß nicht, ob es eine Heilungs-Potion ist. Ich glaube nicht, dass es irgendwas heilt, außer vielleicht deine, ähm, deine Klapperei, wenn du stirbst vom Meth-Überdosis. So, hier bitte. Hey, das ist nicht der übliche Kind, der das Paket abkommt. Huh? Oh shit, es ist ein Kip! Das macht total Sinn, ein neunjähriger Polizist. Oh man. Nun gut. So, David-Schleuder, Juten-Jutsu. Klappe jetzt. Ich muss mir meine, äh, Special-Angriffe aussuchen. Wie ist es aus mit dem, äh... Typ nach hinten? Ach, egal. Fuck! Schon wieder passiert. Unglaublich. Dabei versuche ich immer, den möglichst, äh, langsam anfangen zu sch... anfangen zu schwingen. Ich kann mal wieder nicht reden. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber den haben wir erwischt. Auch geblockt. Mein Gott, die tritt zu, die alte. Die hat aber ordentlich was. Kann aber ordentlich treten, so. What the fuck? Was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert? Na, egal. Ähm. Warte mal, Butters kann mich auch einfach so heilen. Das wäre durchaus effektiv. Dann muss man nicht extra... Muss ich keine... Keinen Gesundheitstag dafür verschwenden. So. Ja. Dann bleibt es wohl nichts anderes übrig. Wir haben nicht genug Mana. Um jetzt unseren Donnerschlag anzugreifen. Aber der Junkie ist eh erledigt. No, 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 no. Nice. Perfekt geblockt alles. So, jetzt bin ich wieder dran. Wir könnten eine Beschwörung machen. Wollt ihr die Beschwörung sehen, Leute? Ich glaube, ihr wollt die Beschwörung sehen. Wobei, das heben wir uns. Wir können uns die Beschwörung auch für den lästigen Penner, der da die, ähm... Der beschützt da hinten noch die... Also der... Draußen. Ja, ist ja gut. Ich versuche gerade... Mich, äh... So... Ein bisschen... Meine Gedanken zu ordnen. Aber egal. Kann man wieder nicht... Nicht reden. Ich kann mich wieder nicht anständig artikulieren. So, wo... Das ist natürlich auch immer so gut für eine EP. Scheiße, warum habe ich einen Halbtrank benutzt? Das ist ja wirklich vollkommener Quatsch. Ich mache dumme Fehler. Diese Episode startet nicht gut. Wir zögern den Kampf viel länger heraus, als wir ihn eigentlich herauszögern müssten. So viel sage ich euch schon mal. So. Wir können jetzt eigentlich mit dem Sichelschwert der Gläubigen angreifen. Und sie ist tot. Jawohl. Oh Gott, was, das müsste eigentlich sich selbst heilen. Aber... Ich wollte ja gar keinen Heiltrank benutzen, sondern so einen Mana-Trank. Genau. Sehr gut. Das können wir nämlich nochmal mit dem Hammer der Gerechtigkeit anfangen. Nice. Stammtzug. Oh, und was, das ist tot. Es musste ja wieder so kommen. Ja, komm, greifen wir einfach mit dem Schweren an. Und besiegt. Das ging relativ schmerzfrei von der Bühne an. Ich glaube, die sind keine Wissenschaftler, Butters. Wissenschaftler mit benutzten Spritzen. Nun gut, wer weiß, unter wie viel Druck sie stehen. Es gibt bestimmt auch Wissenschaftler, die drogenabhängig sind. Aber ich glaube, dieses Labor entspricht nicht den Sicherheitsvorstellungen eines normalen Labors. Es ist doch so vage formuliert. Labor, ja. Tüte mit Crystal Meth. Ja, wunderbar. Tweak-Spezial-Lieferung. Damit wird der Kaffee also angereichert. Gut zu wissen. Sehr schön. Das haben wir ausgestellt. Hier gibt es nochmal ein Trägerhemd. Level 1. Können wir ansonsten hier noch irgendwas finden? Irgendwie einen Chimp-Pokémon? Wahrscheinlich nicht, oder? Gucken nochmal sichert selber. Das ist doch etwas. Können wir doch da runter schießen. Hier, oder? Genau. Habe ich es doch richtig gesehen. Hier oben war doch noch was. Ah, wir können hier den Schweinebärmann-Sensor anbringen. Sehr gut. Und hier findet sich noch Kennys blutige Keule. Alles exzellent. Können wir... Können wir hier mal runter jetzt hier? Oh nein, nicht das schon wieder. Nicht dieser Glitch. Ah, gut. Das ist kein Glitch. Ich bin einfach nur zu dumm. Und jetzt können wir unsere Beschwörung in diesem Spasti hier anwenden. Wir werden dich direkt zur Hecke schicken. mit dem... Der Peitsche. Vernichte sie. Das könnte ein bisschen Spaß sein. Ich bin einfach nur zu dumm. Oh wow. Genau. Gut. Das ging dann wirklich schnell vonstatten. Da haben wir keine Zeit verschwendet. Und jetzt kommen wir an dieses Paket hier ran. Geld benutzt, Spritze, Bündel, beschissenes Abzeichen. Okay, und jetzt setzt er auf die Perücke. Sonst noch irgendwas, was wir hier finden können? Seid ich hier in dem Auto oder so? Nee. Alles klar. Gut. Dieser Weg ist weiterhin blockiert. Das heißt, okay, was machen wir jetzt als nächstes? Wir haben das Paket, also gehen wir zurück zu den... Tweaks. Zu Tweaks Café. Genau. Wo können wir eigentlich hin? Hier oder was ist näher dran? Höchstwahrscheinlich hier bei YouStoreIt. Du weißt nicht, was du als nächstes tun sollst? Vergiss nicht, in deine Questübersicht zu schauen. Danke, Emo-Junge. Ich werde mir diesen Ratschlag merken. Es gibt eine neue Nachricht von Herr Browlowski. Ich habe gerade eine neue, prominente Kundin bekommen. Ich kann dir ihren Namen nicht nennen, aber ich kann dir sagen, dass sie ein 90 Meter großer Roboter, die du ist. Komm schon, ein Tipp. Wer die South Park-Folge gesehen hat, ich weiß jetzt nicht, ob ich es für die spoilern soll, aber ich glaube, jeder, der dieses Spiel gerne spielen möchte, beziehungsweise ein South Park-Fan ist, kennt die Folge mit Barbara Streisand, die dort als Roboter-Dino dargestellt wird. Kostüme sind nicht nur reine Moders, das ist was. Jedes Kostümstück bringt dir Boni, die im Kampf... Shut up. So. Alles klar, dann. Nice, jetzt haben wir Tweaker als neuen Freund. 25 Freunde und wir haben einen weiteren Vorteil verfügbar. Sowohl als auch haben wir den Tweak-Schlüssel bekommen. Gut. Können wir hier diese Kiste öffnen. Kloster Bruder Handschuhe, Kloster Bruder Probe, das hält sich doch ganz gut an. Die Sonnenbrinde mit runden Rahmen und Machttrag. Ob wir die, wo wir mal eben equipen wollen, im Inventar, dann gucken wir mal, ob die besser sind. So, Heilige Jamulke müssen wir auflassen. Haben nichts Besseres momentan. Kloster Bruder Robe. Stärker die Max-Treffer-Punkte um 5. Stapel Käsebärchen halt jede Runde 5 Gesundheit. Sieht besser als... Die Rüstung hier. Glitzer Schmuck. Ja komm. Für jetzt. Momentan ist es doch... Eigentlich ein ganz... Nettes Accessoire. So. Was haben wir hier? Kloster Bruder Handschuhe. Heilfähigkeiten stellen 10 mehr. Trefferpunkte wieder. Alter. Nice. Du, jetzt wird uns wirst du hier Tipp hier beim Heilen. Ist ja richtig gut. Aber eigentlich sind wir ja nun kein... Magier. Oder Druide oder was weiß ich. Aber naja, egal. Wollen wir mal wieder ein bisschen unseren Style ändern. Ich glaube, es will mal wieder Zeit. Wollen wir unseren Style ein bisschen ändern. Unsere coole Frisur behalten wir eigentlich. Sollten wir nicht behalten. Deswegen. Nochmal so. Tränen-Tattoo. Let's go. Lil Wayne-Style. Sehr nice. Und ähm. Was wollte ich jetzt noch? Die Koteletten wollte ich loswerden. Genau. Und... Lieber so einen... Stance Schmutzbader. Eierkin Rapper Bart. Nice. Jetzt sehen wir... Na gut, okay. Wie Lil Wayne sehen wir nicht aus. Weil Lil Wayne hat, glaube ich, keinen Bartwuchs. Ich denke, dieser Monockel wird sich ganz gut machen. Ja. Ich glaube schon. Wann haben wir den denn bekommen? Sehr gut. Oh ne, 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 ne. Nein, nein, rückgängig. Gut. Bloß nicht unsere schöne Frisur ruinieren. Bloß nicht. So. Ja. Ja, wir haben jetzt einen neuen Freund. Tweak, ne? Und können somit auch... Unsere Fähigkeit, beziehungsweise unseren Vorteil, einen weiteren Vorteil hinzufügen. Schaffst du da angefühlt mit Distanzball hinzufügen, zusätzlichen Schaden zu. Das machen wir doch gleich mal. Sehr gut. So, wo geht's als nächstes hin, Leute? Ich denke mal, wir könnten theoretisch noch eine Nebenquest vollbringen. Nämlich da oben zur Farm hin stratzen. Weil da können wir ja schließlich einen Schweinebärmann-Sensor anbringen. Genau das werden wir, glaube ich, auch jetzt auch tun. Schweinebärmann-Sensor, wir kommen. Von dir will ich nichts mehr. Oh Gott. Nein, nein, ich will doch gar nicht hier runter. Ich will an dem New Storage Truck vorbei und dann hier hoch, hoch, genau. Schön. Ah, Mist. Hier müssen wir nachher eh nochmal hin für eine andere Nebenmission, die wir jetzt noch nicht eingenommen haben. Egal. Egal. Ich mag die Musik, wirklich. Das haben sie ganz nett gemacht in diesem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür, dass es ein South Park Spiel ist. So. Was ja nicht schlecht ist, heißt aber ich meine normalerweise ist die Musik in South Park sehr minimalistisch. So, Sensor da oben angebracht. Jetzt müssen wir nur noch einen anbringen, dann sind wir Al Gore's BFF. Oh Gott, das ist ein Kindergartenkind. Oh Gott, wie süß. Oh, du hast mich gefunden. Ich habe dich gefunden. Ich habe dich gefunden, ja. Ich habe dich gefunden. Oder ge... Was wäre das? Gefindet. Ich habe dich gefunden. Ja, ich glaube, so wäre die richtige Übersetzung. Das ist grammatikalisch komplett falsch, ne? Ausdrucks. Egal. Gut. Haben wir das auch schon mal erledigt? Warte mal einen Moment. Wo ist denn eigentlich diese Flagge jetzt hier? Genau hier. Gut. Wo können wir als nächstes hin? Ach ja, wir müssen ja noch zu... Was sind eigentlich unsere Quests? Jetzt mal eben hier gucken. Wir haben die Schweinebärmang-Quest, aber wir haben da sicherlich noch mehr. Obdachlosenproblem. Finde obdachlose Überwohner. Bla, bla, bla. Versteckspielen. Okay, jetzt muss ich noch mal zu Tokens Haus. Machen wir das doch erst mal. Warte, Moment. Wollen wir erst den Schweinebärmang-Sensor anbringen, den letzten? Dann müssen wir, glaube ich, zu... Genau. Zur Kirche und dann hier zum... Wie heißen die Scheiß hier? Starks Pond. Ja, Starkteich. Würfel und Kostüme erfordern, dass du einen bestimmten Level hast, um sie einzusetzen. Accessoires wie Brillen und Perücken kannst du unabhängig von deinem Level. Anbringen. Nicht. Entschuldigung, Butters. Oder nicht, Entschuldigung, du hast es verdient. So. Wo müssen wir jetzt diesen Sensor hier anbringen? Hier? Genau. Nice. Schweinebärmang-Sensor und Mission zu erfüllen. Platzieren den Sensor am Wandgefahrmesser. Kehre zu Al Gore zurück. Sehr gerne Spiel. Für eine so wichtige Nebenmission, für einen so wichtigen Menschen wie Al Gore zu vollbringen, ist wirklich, ja... Macht einen wirklich sehr glücklich. Wo ist er denn jetzt, der Al Gore? Ich glaube, er ist hier, ne? Schweinebärmang, genau. Kommen wir gleich wieder zur U-Stored-Facility zurück. Es ist ein wildes Hin und Her in dieser Episode, das sage ich euch, Leute. Wie kannst du deine Kostüme... Ah, warte, 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 konnte ich erst nicht lesen. Egal. So. Wieder ein bisschen... Ein paar Moneten hier. Die immer wieder respawnen. Die brauchen wir auch, weil ich werde... Das werde ich euch gleich noch sagen. Moment. Erstmal mit Al Gore quatschen jetzt. Alles klar. Gib dich zu Al Gore's Basis. Sehr gerne. Und ich weiß auch schon, wo sich diese befindet. Nämlich genau hier. In der Storage-Facility, die wir schon geöffnet haben. Ist das hier? Ja. Hab ich jetzt mal gespannt. Okay. Mission zu der Fülle. Begib dich zu Al Gore's Basis. Starte den Defilibrator. Defilibrator, ehrlich? Haha. Okay, können wir sonst noch irgendwas rauben? Ist ja vielleicht ein schönes Pokémon versteckt. Super Secret. Keep out. Ah. Schlüssel zur... Gammt. Ist ein Weg. Schlüssel zur Hinterzimmertür von Al Gore's Hauptquartier. Mein Gott, da hat er wirklich High-End-Equipment hier angebracht. Warte mal, was war das denn jetzt hier? Können wir echt nichts mitnehmen? Das ist ja schade. Das ist ja schade. Wirklich schade. Man-Bird-Pick-Sightings überall. Falls ihr die Karte da gesehen habt. Überall verstreut in Amerika. Alles klar. Mal sehen, ob wir diese Nebenmission überhaupt machen können. Oder ob wir dazu weiter in der Hauptgeschichte fortschreiten müssen. Mal sehen, so. Wo wäre das Ganze denn hier? Aha. Ich weiß nicht, wenn man erreiche den Idealen... Ah, okay. Müssen wir in dieses... Also in die Abwasserkanäle. Oh Gott, Frames. Alter Schweifelter. Danke. Warum sagt man eigentlich jeder zweite Erwachsener so, wie ich aussehe? Wie der coolste und beste Rapper aller Zeiten. Lil Wayne. Ähm, oh, hier ist... Hier versteckt sich ein Kindergartenkind. Okay, das ist... Macht Sinn. Ja, super. Auch, äh, super sicher. Wie... Wie... Wo komme ich denn jetzt hier? Nein. Äh. Äh. Ich komme hier nicht hin. Batters, hilf mir. Verdammt. Wie kommen wir hier hin? Anscheinend jetzt noch nicht. Egal. Belassen wir es hierbei. Wieso das denn? Ich trage einen stylischen Monocle. Der ist ja wohl wieder voll in Mode. So wie ein Tränen-Tattoo. Das jeder coole Rapper hat. Und, äh... Einen coolen Rapper-Bart. Passt doch alles wunderbar zusammen, wenn ihr mich fragt. So. Wir reisen jetzt in der Nähe zu, äh... Tokens Haus. Das wäre hier ungefähr. Und dann sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen, ihr Süßen. Macht euch noch einen schönen Tag. Ihr seid die nicesten Motherfucker im Universum. Und wir sehen uns in der nächsten Episode vom South Park. Starb der Wahrheit.